Arne Halse war ein norwegischer Speerwerfer, der in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg erfolgreich war. Er gewann bei den Olympischen Spielen 1908 eine Silber- und eine Bronze-Medaille und nahm auch an den Olympischen Zwischenspielen 1906 und den Olympischen Sommerspielen 1912 teil. Arne Halse startete für Trontajamsiv, später für Braje. Die norwegischen Meisterschaften gewann er viermal. Seinen ersten internationalen Auftritt hatte er bei den Olympischen Zwischenspielen 1906 in Athen, wo er im freien Stil auf Platz 7 kam. Zwei Jahre später in London konnte er zwei Medaillen gewinnen. Silber im griechischen Stil, Bronze im freien Stil. Auch 1912 in Stockholm beteiligte er sich an zwei Sperrwurff-Wettkämpfen. Im einarmigen Werfen kam er auf Platz 7, im beidarmigen Werfen auf Platz 5. Olympiateilnahmen Olympische Zwischenspiele 1906 in Athen, siebter mit 43,60 Meter. IV Olympische Sommerspiele 1908 in London. Borse im freien Stil mit 49,73 Meter. V Olympische Sommerspiele 1912 in Stockholm. Fünfter im beidarmigen Werfen mit 96,92 Meter. Lumpむ Lumpen